Kanuto, hallo! Kanuto, du bist ein Podenko, du bist drei Jahre alt und Kanuto ist bei uns schon anderthalb Jahre gewesen. Wir waren ganz entsetzt, als wir gesehen haben, dass er über den Zaun des Tierheimes geworfen wurde. Sehr schlimm und zum Glück, Kanuto hat sich das Leben im Tierheim sehr gut eingelebt und er macht toll mit seinen Kollegen und mit uns Menschen. Wir lieben Kanuto sehr und wir wünschen ihm, wir wünschen diesem gesunden Hund alles Bestes für 2015 und dass er ein tolles Zuhause ganz bald findet.